So, okay, wir sind einigermaßen geheilt. Ich helfe, wo immer ich kann. Du hast auch Furchtband, dann benutzt du das mal. Es ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Eine Ha... Hast wäre nicht schlecht. Ich werde mein Bestes tun. So, pissen wir nochmal... ...mendestens zwei Betrachter an. So, sehr schön. Gut, die Betrachter sind im Eimer. Hier können die Molen aufleveln. Etw reduziert, das ist gut. Zusätzlich ein Magierzauber für 1, 2, 3 und 6. Ein Trefferpunkt. Ist nicht viel, aber ist etwas. Ein Magierzauber. Hm, nochmal ein Spiegelbild. Furchtbar. Das haben die anderen beiden aber schon. Hier nochmal eine Hast. Das ist immer wichtig. 6. Was geben wir hier auf 6? Ob er sollte hast. Kugelblitz. Ja, 646 Schaden. Ist gar nicht mal so schlecht. So, Einstellung wieder höher stellen. Kugelblitz. 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 Fragt nur, was möchtet ihr? Hm, erzählt mir mehr davon. Und dann spicken wir mal. Okay. Da sind auf jeden Fall noch Betrachter. Mindestens zwei. Da sind noch mindestens zwei Betrachter, die ich da rausholen muss. Nun, wenn ihr wirklich meint. In Kürtus. Ich dachte mir, dass sie hinter mir auftauchen. Ja, wenn ihr es wollt. Ach, ja. So, das waren die zwei. Und ihr merkt, ich speichere hier oft. Freund, aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. So, wir haben jetzt nur noch das Gebiet hier und den Raum hier. Ja, schon unterwegs. Ja, wenn es das ist, was ihr wollt. Der Raum ist leer. Okay, dann nutzen wir jetzt... Ich bin hessig auch gemacht. Fragt nur. Euer Wunsch ist mein Begehr. Hm, keine große Herausforderung. Mir wird es lustig, wie... ... ihre magischen Schuhe gerade deaktiviert sind irgendwie. So. Schlafen wir. Das hat geklappt. Ich warte. Sehr schön. Nun gut. Das heißt, wir müssen uns nur noch da drüben umsehen und dann haben wir den Betrachter-Dungeon geschafft. Ja? Was möchtet ihr? Ja. Da ist das andere kleine Problem. Fragt nur. Erzählt mir mehr davon. in Kürtus. So, da haben sie ein bisschen was auf den Deckel gekriegt. Harry, zieh dich auch zurück Genau, Gauts in Langängen sind keine gute Idee Auf geht's, verstanden In Kürtus Meine Klinge wird euch schon zu Recht stutzen Gauts haben zum Glück ein ziemlich schnelles moralisches Versagen Magie Bun So, jetzt bin ich ein paar Gauts los geworden Das ist schon mal gut Ich weiß halt nicht Habe ich hier oben was angelockt irgendwie Kann nämlich sein, dass ich sie jetzt etwas verstreut habe, die Gegner Ich warte, wenn ihr es wollt Ja, natürlich Ist was los, schön? Nicht gerade nett In Kürtus Ja, ein Betrachter Der allerdings keinen Bock hat Hm, wenn es das ist, was ihr wollt Was ist jetzt auf Thalysas Zauber gescheitert Ich warte Euer Wunsch ist mein Wunsch Zeit auf Geht klar Ja, keine große Herausforderung Toll, ich habe jetzt Ein paar Elifiden hier Ich habe Ein Betrachter hier irgendwo Amok laufen Ach, da ist er Okay, sie haben gerade Minz gefressen Hm Oh, ich bin wieder hier unten Okay, wie lock ich die Elifiden an? Ja Okay Okay Der da will irgendwie Nicht Gut Gut, jetzt ist er auch tot Ich warte Ja Dann gib uns mal das da Die Dienerin der Natur ist bereit Ihr zeigt mir, wohin Ich schreien zu Hm Nicht Fähigkeiten, sondern hier Schutz vor dem Bösen Äh Ja Ich war, wenn ihr es wollt Oh, ich zeig euch den richtigen Kampf Haben das etwa wehgetan? Schon erledigt So, ihre Intelligenz ist gesenkt Was nicht so schön ist Ich helfe wo immer ich kann Ich bin bereit Ich warte auf euren Befehl Ja, aber gerne So, aber wir haben hier unten gecleared Wie sieht das dann auch aus? Ich bin bereit Habt ihr einen Plan? Wurde aber auch Zeit Was kann ich tun? Halte die Augen auf Wer? Äh, Minz Man kann nie wissen, was für Gefahren An einem Augen wie diesem Lauf Oh, oh, oh Es ist wesentlich aufregender Dieter Mon Sprecht zwar schon unterwegs Okay, ja stimmt Das wirkt ja bei Elifiden Bei Elifidenopfern nicht Ja, natürlich Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt So, gut So, in dem Raum hier ist auch nichts Oh, bei meinem Volk erzählen wir uns solche Geschichten Ich summe mal so, weil wenn ich Nichts für die Avariel Mein Mauszeiger hier aus dem Mainbildschirm bewege, dann Verschwinden ja die hervorgehobenen Sachen Da oben, das habe ich alles bereits Da war nur der Zauber noch drin Hier ist nichts mehr grundsätzlich Da sind noch zwei Löcher Okay Ja, das hier war definitiv eine Interessante Angelegenheit Und besser wird es nicht werden Und ja, wie gesagt Die Dunkelelfen Sachen Hier lasse ich einfach mal liegen Wer hat gerade noch Platz Wobei, Keldon, du hättest genug Platz Um einen Teil davon aufzuheben Die Dienerin der Natur ist bereit Und zurück zu identifizieren Könnte er wie mal tun Okay Ja, wenn ich die beiden noch wegpacken könnte Da muss nur der Die letzte Trankart raus So, dann kann ja Schimos Herz auch noch da rein Und die können da rüber Und er betrinkt den einfachen Ball So Führt mich an, mein Freund Die Pflicht Jawohl Wie ihr wünscht Ja So Ich Ich Biete Meine Dienste Und mein Leben Wenn nötig Okay, Keldon ist überladen Da gibt mal ein bisschen was So ein Minz gab Ich bin bereit Auf das Gute Und da sacken wir noch die Schilde hier ein Ich warte Euer Wunsch ist mein Begehr Jetzt könnten wir eigentlich mal in die Tuaustadt zurückgehen Ja Ich habe jetzt gleich geguckt Was wir haben Da oben drin Was wir hier oben drin haben Mit den beiden Löchern noch Ja Vielen Dank.